Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, das ist mein erstes Video über meine Modellstadt. Seitdem ich meine Alte abgerissen habe. Die Alte steht da nicht mehr. Hier ist meine neue Modellstadt. Also ich habe jetzt 2x. Er kann sich ein bisschen zu schreien. Ups. Ups. Ich stelle es ein bisschen langsam. Lang. Das ist zu langsam. Nicht passt. Heute ist das erste Video seitdem ich meine neue Modellstücke angefangen habe. Also ich baue schon diese Modellstücke seit 3 Monaten. Ich habe ein bisschen erkältet. Und ja. Das wichtigste was hier mit Licht ist. Ist gerade nur das. Und das. Sonst sind der Modell. Und der. Ja, hier. Hier habe ich auch angefangen. Hier sollte eigentlich der. Ja, der Helikopter sollte eigentlich zu den Atomkraftwerken kriegen. Nähe. Anordnen. schreibt mir bitte in die kommentare was ich noch verbessern kann aber erstmal muss ich wieder die kommentare freischalten wie immer weil die wahrscheinlich wieder blockiert sind keine ahnung wieso die immer blockiert werden aber ja das sollte meine container schuhe werden die habe ich heute nicht fertig gemacht also meine schwester ist das projekt von meiner schwester gewesen die hatte das so gebaute sollte container schon werden aber ich möchte das zu ende bauen noch zu ende bauen oder auch in diesem stück oder noch endlich bauen neues gebäude gab es schon ja wenn dir das video gefallen gefallen hat bitte like das video schreibt mir in die kommentare weil was ich verbessern kann und wenn es dir richtig gut gefallen hat bitte abonnieren und like meinen youtube kanal danke für das zuschauen tschüss bis zum nächsten mal